Fakt ist, ein gutes Auto kann nicht nur verbrauchen, 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 es kann sogar während dem Fahren deine Batterie aufladen. Unglaublich! Darum kauft ihr diesen, der Mitsubishi Eclipse Cross Plug-in Hybrid. Und du kannst wählen, wie stark die Batterie während dem Fahren aufladen soll. Auf fünften Stufen. Eins, zwei, drei, vier und sogar Seglenkanner. Fühle dich wie ein Umweltsuperheld jedes Mal, wenn du mit dem Fuss vom Gas gehst. Mitsubishi. Génial. A tout point de vue.